Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ghost of Tsushima, Folge Nummer 11. Ich begrüße euch herzlich erstmal. Mein Name ist Christian Escher 2000 und herzlich willkommen wieder zurück. In der letzten Folge habe ich angesprochen, dass hier ein bisschen Kommentare kommen sollen, dass ich auch nicht weitermachen soll. Und es wurde geschrieben und ich habe darauf geantwortet, wir werden jetzt nochmal weitere 10 Folgen hier in Angriff nehmen und dann einfach mal schauen, was uns hier erwartet, was uns noch alles passiert. Ob das wirklich dann noch weiterläuft, das wird sich dann auf jeden Fall die kommenden Tage herausstellen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch herzlich dabei seid und auch mitbegrüßt, was ich hier erreiche, was ich hier miterlebe. Und somit dann würde ich auch euch dann einfach empfehlen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn das Wort ist kein Mord. Und somit verlassen wir den Schrein, kommen in den Ladebildschirm, kommen wieder zurück in den Ladebildschirm, also wir sind auch wieder raus und wir sind jetzt vor dem Schrein. So, da würde ich jetzt einfach sagen, wir gucken mal auf der Karte, wo wir überhaupt sind. Wir sind auf dieser Stelle. Hier ist der Goldene Tempel, da könnte man eigentlich mal hinreisen und einfach mal checken, was das so gibt. Und da gibt es auch eine andere Mission, ja, das Oberhaupt. Gut, das haben wir schon gemacht, da ist immer ein Fragezeichen. Die Frage stellt sich halt immer noch, was machen wir denn am besten, Fallensteller? Ja, es wurde auch schon in den Kommentaren schon erwähnt, dass ich einfach mal eine Rundreise mache oder ein bisschen Erkundung, was hier eigentlich nicht so verkehrt wäre, weil hier ist alles wirklich komplett noch offen, was hier eigentlich angeht. Und überall ist es ein Fragezeichen und ich habe echt keinen Plan, was wir dann machen sollen. Aber wie gesagt, das wird sich dann auf jeden Fall herausstellen bald und werden wir mal gucken, wie die Folgen weiter funktionieren. Was wir machen können und, aber als erstes folgen wir dem Wind, weil der bringt uns dorthin zum Goldenen Tempel. Da gibt es ein paar Verbesserungen, die wir machen könnten oder machen sollten am besten. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie weit das entfernt ist. Und da ist er ja schon. Das ging eigentlich schneller, wie erwartet. Irgendwie. So. Okay, ich bin angekommen. Und wir steigen natürlich ab. So. Und dann gibt es ja hier jemanden, mit dem wir reden können. Hallo. Hallo, mein Herr. Ich dachte gerade an die Worte meines alten Meisters Saigyo. Um den Geist zu reinigen, muss erst der Körper rein sein. Hm. Saigyo war ein weiser Mann. Er verbrachte nur zu viel Zeit singend in heißen Quellen. Doch stimmt dir seinen Worten sicherlich zu. Heilwasser. Reinigender Dampf. Und der Schatten eines Rotahorns. Nichts stärkt den Kampfgeist wie ein Bark in einer heißen Quelle. Hm. Da habt ihr wohl recht. Genau das brauche ich. Okay. Ja, und kriege ich jetzt eine heiße Quelle oder so? Nee. Warum nicht? Was habe ich euch getan? Was hast du denn noch? Ihr wirkt bekümmert. Was ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuter gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten anderen Gefahr geraten. Haltet euch dort fern. Ich sehe nach. Okay. Eine weitere Mission. Karte aktualisiert. Okay, aber bevor wir das machen. Fürst Sakai, kommt schnell. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich eure Rüstung veredeln. Habe ich den Schutz, den ihr braucht? So, wir haben hier ohne kleine Samurai-Rüstung. Das ist die. Da könnte man ja schon weitermachen, weil wir haben ja haufenweise. Das ist unser Standard. Ich frage mich, kann man das eigentlich auch machen ohne den Helm? Das gefällt mir nicht so ganz. Ronin-Kleidung. Das ist erhalten. Genau, da kriegt man einen ganzen Hut. Aha. Okay, in schwarz. Oh Gott. Die Tracht des Reisenden. Mal gucken, was das alles so angibt. Als letztes. Ne, da würde ich sagen, die Ronin-Kleidung machen wir jetzt mal hier. So, und Vorräte brauchen wir. 500, okay. Also, auf jeden Fall haben wir das schon mal. Das ist dankbar schon mal. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Haben wir mal einen neuen Look. Und ja, gar nicht mal so verkehrt. So, dann auf auf die Karte. Karte wurde neu maxiert. Da könnte man ja da hingehen. Und von dort aus können wir mal die anderen Fragezeichen hier abchecken. Und dann schauen wir einfach mal. Irgendwann mal was anderes statt. Immer die Hauptstory. Wäre das ja mal nicht verkehrt, mal was anderes zu erleben. Statt. So. Da war was. Vorräte. Sieben. Schön. Okay, dann auf geht's. Da ist eine Blume. Seht ihr das? Ich sehe die Blume. So. Haben wir das? Hi. Arigato. Da haben wir auch noch Vorräte rumliegen. Nehmen wir alles mit. So, der Wind zeigt nach rechts. Okay. Noch ein bisschen Bambus mitnehmen. Ist nicht so verkehrt. Ich frage halt mich jetzt immer noch. Man kann die Rehe abschießen, aber. Hä? Was kommt da für eine Meldung? Okay. Naja, müssen wir mal irgendwann mal schauen. Vielleicht fehlt mir irgendwie noch irgendwas dafür. Ich glaube, wir müssen hier runter. Und da schauen wir mal einfach mal. Wir müssen hier irgendwie mal vorankommen. Hallo. So. Sind angekommen. Der liegt auch noch da, wenn ich kurz mal draußen rumgelaufen bin. Okay, oder auch nicht. So. Laufen wir weg. Suchen wir uns ein besseres Versteck. Für die Mongolen wären wir wie verwundetes Wild. Alles nur wegen dem eisernen Zeichen. Holen wir uns aus. Dann holen wir es uns. Ein Samurai. Was ist mit euch passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat zu viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Interessant. Der Preis des Eisens. Seid vorsichtig. Die Mongolen werden nach ihren Männern suchen. Hm. Sollen sie doch. Was ist das? Ah, ich kann hier oben rausklettern, scheint. Durch die Dachöffnung steigen, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Guck mal, vielleicht gibt es doch hier oben irgendwas. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Okay, dann halt nicht. So. So. Dann. 140 Meter, alles klar. So, ich steig doch lieber mal ab, sicherheitshalber. Weil da unten ist es schon. Scheint schon alle tot zu sein. Okay. Sehr fervörend. Ja, ja, ja. Das muss der Händlerwagen sein. Mongolen. Sie kämpften gegen die Männer von vorhin. Hm, hm. Hm. Hier liegt was. Pfeile. Können wir immer gut gebrauchen. Eine Spur vom Händler. Hm. Das eiserne Zeichen ist nicht hier. Oh Gott. Wow. Ich will genau wissen, wo ich bin. Wow. Nein, 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 nein. Man, nein, nein, nein. Ob's daneben. Weg mit dir. Okay. Ok. Da ist mir. Oh ah. Ok ich hab. Oh ah. Ich hab ein bisschen dick. Oh ah. Das sind viel zu viele Feiler, Leute. Auf die Eier. Auf die Eier. Komm her. Okay. Haben wir das auch erfolgreich abgeschlossen? Pfeiler? Pfeiler haben wir ja genug hier irgendwie. Die haben alle nur Pfeile. Wir hätten mal diese Vorräte mitgeben. Sauerei. So, wo ist mein Pferd? Pferd existiert nicht mehr. Okay, dann laufen wir halt mal das Stück schnell. So. Hm. Ich komme zu spät. Hm. Bitte. Mein Herr. Ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er... Er ist mein Bruder. Mein Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein. Er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen. Aber ich werde ihn suchen. Danke. Seine Mörder haben bestimmt Spuren hinterlassen. Ich raffe es nicht so ganz. Erst wollen sie ihn jetzt klauen und dann merkt er, dass es sein eigener Bruder ist. Wo ist denn die Logik dahinter? Raffe ich nicht so ganz, aber okay. Ich glaube, man sollte nicht alles verstehen. So. Kunai haben wir jetzt drei. Sehr schön. Leder haben wir bekommen. Ah, Leder hätte man gut gebrauchen bei How to Survive 2. Hm. Ja. Warte entlang. Fußspuren? Also müssen die ja da lang gelaufen sein. Genau. Probieren wir mal unser Glück. Mal schauen. Hier ist jetzt die abgebogen. Ist abgebogen. Lernst du? Kehre zu den Spuren zurück. Ich wollte nur die Blumen holen. Hm. 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 Abgebogen. Was für... Oh, der Glück gehabt. Der Bär. Aua. Was? Mit einem Kick? Was der Herr. Das ging ja übel. Da muss man ja echt aufpassen. Hat damit jetzt eher gerechnet. So, naja. Passt schon. Easy. Klatsch, bumm. Weg war ich. War auch nicht schlecht. Okay. Also nicht zu verachten. Die Bären. So. Nein, 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 nein. Okay. Könnt's ja gerne nochmal probieren. Aber wir dürfen uns echt nicht packen. Aua. Aua. Ey, das ist ja abnormal. Ich glaub, der Bär mag mich nicht. Wo ist denn der? Sieht man den von hier aus? Na, daneben. Daneben. Jetzt rennt er weg. Die Sau. Okay. Besser als nix. So. Okay. Die sind. Geradeaus weitergelaufen. Okay. Hm. Lauf ich jetzt extra jetzt direkt zum Bär jetzt hin? Das wär ja hart. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Aua. Ey. Ach, come on. Jetzt komm ich an dem Bär nicht vorbei. oder wie wir sind auf jeden fall hier angekommen eine bär ist woanders wir machen es richtig was oder gott ein großer Okay Come on nicht mit mir verpassen verbesserung der wohnigenkleidung habe ich jetzt das zeug für den schwarz okay ich möchte vorreden hier ist nur einer alles klar da wollen wir haben hier eigentlich alles was wir brauchen ab nach drinnen gucken ob sie drinnen uns noch was erwartet schnell das heißt ja schnell vorräte weil seid ihr frei ihr habt mich gerettet vielen dank spart euren dank laut eurem bruder arbeitet ihr für die sie wollten meine familie beschützen unsere schwestern wenn ich vorräte für sie transportiere und jetzt ist euer bruder tod er führte die männer an die euer zeichen stehlen wollten nein dieser narr deshalb dachten die mongolen ich hintergehe sie ich hatte nie ein eisernes zeichen außerdem ist der name des eigentümers eingraviert dann sind sie nutzlos für andere ihr könnt gehen wenn ich höre dass ihr wieder für die mongolen arbeitet die würden mich eher töten und meine familie wird mich jetzt hassen ich habe nichts nichts was soll ich jetzt tun wofür lebe ich ich würde ihn ja zum goldenen tempel einladen da könnte er dort schon ein bisschen was transportieren und ein bisschen vorräte sammeln und mir mitbringen dass ich ja das habe so talisman des vorteils offensiefer talisman okay geist geistwaffen verursachen 28 prozent mehr schaden okay brauche ich nicht alles klar wo ich sagen auf geht's aufhören die karte wir sind hier dann gehen wir einfach mal dahin so gott wo ich sagen holen wir uns das ist unsere sora gut gemacht da liegt was vorräte wir sind in dieser richtung okay nach 300 meter schauen wir mal was wir uns da erwartet ich denke mal in der nächsten folge können wir ja dann mal wieder ja so sozusagen war die story weiter spielen oder mal zum brennenden lager hochreisen um einfach mal gucken ob man fallen stellen et cetera irgendwie was was jagd angeht dass man da irgendwie mal was machen könnten vielleicht gibt es ja irgendwie was schon wieder der bär da steckt der bär drin fuchsbau haben wir hier ja 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 muss man besser ausweichen nur ein bisschen aha okay dann müssen wir hier runter wo führst du mich hin ja ja ein schreien also noch ein schreien er habe ich meinen tage ist mein platz das ist das schön meine frage sehr schön sehr schön so wir checken mal kurz die uhrzeit okay alles klar dann können wir auch noch weitermachen muss der fuchs hin für den fuchs wieder streicheln ach mann wieso sind die immer so ungefähr also okay alles klar okay da würde ich sagen wir sind hier dann gehen wir hier rüber was ist das hier eigentlich nochmal abgeschlossen okay dann machen wir das da wir müssen in diese richtung aber da will ich jetzt nicht runter springen das ist nicht so gesund für meine gesundheit dann müssen wir hier runter da unten ist mein pferdchen so und weiter geht's so ist ja auch gleich in der nähe 180 metern guter krass lampe aha aha okay oh die klappe was ist denn die drinnen los irgendwas verpasst hier hat schon jemand aufgeräumt muss ich das verstehen nachdem dass wird wieder die bee die 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 Aua, 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 Aua. Ich bin so gut, okay. So. Bonus hier abgeschlossen, Legende erhöht, okay. Neue Geistwaffe verfügbar. Ah, das ist das, okay, alles klar. Aha. Haftbombe, Rauchbombe, ja, nehmen wir mal die da. Hm, hm. Bäm, Schnellfeuerwaffenwechsel mit R2 und, ja, genau. Kennen wir ja schon, das ist das und dann das da. So. So, Munition. Oh, wo kommst du denn her? Alles klar. So, machen wir wieder die normale Kampfhaltung rein. Hm. Gibt's hier sonst nix, oder wie? Eisen, ah, okay. Looten wir mal, was das Zeug hält hier. Rauchbombe ist voll. Okay, ich hab nur eine einzige zur Verfügung. Das ist nicht grad viel, merke ich grad. Alles klar. Was haben wir hier noch drin? Ach, das sind die Windglocken, ach so. Jetzt verstehe ich, okay. Alles klar. Kunai sind auch voll. Sakai Katana, kann ich aufwerten. Ich frag mich, ob man auch irgendwann mal ein neues Schwert kriegt. Würde mich auch interessieren. Ein Artefakt von den Mongolen. Okay, 2 von 50. Okay. Alles klar. Okay, da haben wir das hier eigentlich auch abgeschlossen. Genau. Abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen. Schnelle Reise. Okay, das ist das da. Okay, ich würde gerne jetzt aber mal hier hingehen. Fallensteller. Wir reißen einfach mal da auf die Schnelle mal hin. Weil ich möchte gerne wissen, was das Endeffekt ist. Oh, das geht ja wohl schnell hier. Interessant. Ah, wir sind hier oben wieder. Aha. Hoch. So. Hallo. Willkommen zurück. Bin wir da. Oh. 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 Kein Märchen, mein Herr. Sie nennen sich Beschützer des Langbogens des großen Uchitsune. Ruht euch aus. Ich finde heraus, wer die Maskierten wirklich sind. Der Musikant im Hiyoshi-Heilbad weiß mehr. Aber Vorsicht, mein Herr. Manche glauben, Uchitsunes Fluch wirke noch. Okay. Karte aktualisiert. Da ist es das Heilbad. Ja, genau. Kriegen Langbogen. Oh, hört sich auch nicht schlecht an. Bogenmacherin. Okay. Mhm. Aber ich wollte erstmal gucken, was das jetzt überhaupt hier ist. Fallensteller. Okay. Windglocke. Was kann ich damit machen? Aufwerten los. Ah, okay. Raubtierfell. Fünf. Ich brauche sieben. Okay. Schnellfeuerwaffen. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ah. Okay. Ich kann hier kaufen. Also da. Okay. Alles klar. Windglocke brauche ich eigentlich nicht. Danke. Gut. Gut zu wissen. Bis zum nächsten Mal. Mein Herr. Darf ich euch helfen? Mein Herr. Ein sehr interessantes Stück. Ganz neu. Rüstungsfarben. Kriege ich auch ein Bild? Ach, ich wollte es schon sagen. 14 Blumen. Okay. Wie viele Blumen haben wir eigentlich insgesamt? 29. Okay. Samurai-Clan. In Weiß. Okay. Schließe zum Freischalten die Legende von der Tertorie ab. Okay. Okay. Oh, hier haben wir auch schon. Ronin-Kleider. Da haben wir es in Weiß. Dunkelwald. Wahrer Sucher. Hm. Aber das Ding gefällt mir oben nicht. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Aber nö. Hüte. Ich möchte einen neuen Hut kaufen. Also. Geht nicht. Okay. Geht schon aber. Naja. Okay. Was haben wir denn hier? Wir hätten es in Schwarz. Aha. Mhm. Okay. Sieht schon cool aus irgendwie, oder? Aber nö. Ich würde es lieber in Weiß lassen. Ja. Okay. Ja. Hm. Nee. Komm. So. Und dann checken wir einfach mal. Was haben wir denn hier nur abgeschlossen? Haben wir das? Das ist das Dorfchen. Okay. Okay. Ja. Dann würde ich einfach sagen, wir machen wir schnell Reisen zum, ja, zu den heißen Quellen. Das ist cool. Irgendwie ist, dass die Dings die Ladesequenz hier voll schnell ist. Das ist echt erstaunlich. So. Der Vogel ist wieder da. Wo führt der uns hin? Geh jetzt. Wuh. Uh. Uh. Ah. Mein Herr, Ushitsunes Geschichte erwartet euch. Vor langer Zeit wurden ein Kaiser und sein Palast von einem geflügelten Dämon heimgesucht. Der Kaiser schickte nach Ushitsune, dem bekanntesten Schützen seiner Zeit, dessen Bogen von Kami gesegnet war. Als sich der Dämon erneut zeigte, war Ushitsune bereit. Mit dem Langbogen war er präziser und seine Pfeile flogen weiter als die jedes anderen Schützen in Japan. Ushitsune schoss nur einen Pfeil ab. Er durchbohrte das Herz des Dämons. Als er zu Boden fiel, verfluchte er Ushitsune in seinem letzten Atemzug. Kurz darauf sah Ushitsune die Gestalten des Dämons überall. Sein legendärer Bogen verfehlte nie. Doch jedem Pfeil, der sein Ziel traf, folgte ein menschlicher Schrei. Die Leichenspur führte zu seiner Gefangennahme. Obwohl viele Ushitsunes Tod forderten, empfand der Kaiser Mitleid mit ihm. Ushitsune wurde auf die Insel Tsushima verbannt. Er starb Jahre später. Allein und beinahe völlig vergessen. Der Dämonentöter Langbogen ist seit seinem Tod hier verborgen. Manche sagen, er warte auf einen würdigen Meister. Andere glauben, erberge noch immer den Fluch des Dämons. Tja, da hat Dämon seinen Meister gefunden. Ich bin auf dem Weg. Fluch oder nicht, der Bogen muss mächtig sein. Gebt acht, mein Herr. Der Bogen nährt die Finsternis in jenen, die danach suchen. Ich werde daran denken. Doch wo soll ich mit der Suche beginnen? Um seinen Geist zu beruhigen, ging Ushitsune oft an der Küste spazieren. Er liebte die blauen Hortensien dort. Vielleicht liefern sie einen Hinweis. Gut. Da haben wir das. Aber, bevor wir hier irgendwas machen. Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstamm trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Hm. Charakter aktualisiert. Das ist auf jeden Fall das, wo wir hin müssen. Das können wir in der nächsten Folge definitiv machen. So. Yeah. Yeah. Nein. Oh, fast. Fast. Ah, verdammt. Falsch. Verkackt. Ja, am Ende. Ich krieg die letzte Zeit. Ich bin zu langsam. Muss schneller drücken. Sechs. Immer sechs. Sechs ist gut eigentlich, aber auch nicht in diesem Spiel. Na, verdammt. Das krieg mal hin. Das krieg mal hin. Ich bin zu langsam. Nice. Bam. Noch zwei Stück, dann kann ich wieder etwas erhöhen. Dreh mal. Eine hervorragende Klinge dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr. Hi. Schon wieder Kader aktualisiert. So. Also. Da werden wir auf jeden Fall hingehen. Wo redet ihr denn immer um mit? Huch, da war es heiß. Sehr heiß. So. Und somit würde ich jetzt einfach sagen, da sind wir hier angekommen. Und dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es darum geht mit Ghost of Tsushima. Diesmal starten wir vor den heißen Quellen. Und dann suchen wir nach den blauen Blumen. Und schauen, was da uns erwartet. Ob wir dem großen Lager auch wieder dabei sind. Aber für diese Folge würde mich freuen. Liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig. Dann supportet kein Motto. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ChrisNagy3000. Bitteschauen. Reingehauen. Ciao. Ciao.